Sie wurden enterbt? Nun stellen sich jede Menge Fragen hinsichtlich Ihres Pflichtteils. Diese Fragen werde ich Ihnen in diesem Video Schritt für Schritt erklären und Ihnen zeigen, wie Sie durch dieses Verfahren in Ruhe durchkommen und damit abschließen können. Mein Name ist Stefan Jönsson, ich bin Fachanwalt für Erbrecht, Inhaber der Erbrechtskanzlei Jönsson in Kirchsharten. Sie sind eine Tochter, ein Sohn, ein Ehegatte der verstorbenen Person, dann gehören Sie zu dem Kreis der Pflichtteilsberechtigten. Das heißt, Sie haben einen Zahlungsanspruch gegenüber den Erben, und ich zeige Ihnen in diesem Video, wie Sie Schritt für Schritt diesen Anspruch durchsetzen können, um die Sache wieder abschließen zu können. Der erste Schritt ist die Auskunft. Das heißt, der Erbe ist verpflichtet, Ihnen vollumfänglich Auskunft zu erteilen, damit Sie berechnen können, wie hoch Ihr Zahlungsanspruch gegen den Erben ist. Dafür ist der Erbe verpflichtet, ein Nachlassverzeichnis zu erstellen, in dem wirklich alle Punkte aufgeführt sind, die man für die Berechnung braucht. Hier und da gibt es vielleicht mal ein paar Streitpunkte, ob die eine oder andere Position rechtens ist oder nicht. Aber das können wir erst mal zur Seite lassen. Entscheidend ist erst mal, dass man überhaupt weiß, auf welche Punkte man überhaupt achten sollte. Es geht nicht nur darum, wie viel Geld war auf dem Konto, wie viel war das Haus wert, wie wird das Haus bewertet, sondern natürlich auch, welche früheren Zahlungen hat der Erblasser möglicherweise vorgenommen, die heute auch noch zu berücksichtigen sind. Nachdem Sie nun als Pflichtheitsberechtigter tätig geworden sind, wir gemeinsam die Auskunft erlangt haben und wir eigentlich auch den Zahlungsanspruch beziffern können, sollen wir nicht vergessen, dass natürlich ein solches Verfahren auch emotional eine wahnsinnige Herausforderung sein kann, gerade aufgrund der familiären Konstellation. Und da ist es wichtig, einen Partner an seiner Seite zu haben, der verhandelt und zwar sachlich und erfahren, um dann die Sache auch schnell zu einem guten Ende zu bringen. Und das ist genau die Dienstleistung, die ich für Sie erbringen kann. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es beim Pflichtheitsverfahren um die Auskunft geht. Damit Sie diese vollumfänglich erhalten, müssen Sie natürlich wissen, welche Aspekte zu berücksichtigen sind. Schenkungen, vorweggenommene Vermögensverlagerungen oder auch Lebensversicherungen. Damit Sie hier einen verlässlichen Partner haben, rufen Sie mich gerne an, schreiben mir eine Mail. Ich freue mich auf ein erstes Gespräch mit Ihnen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020